He 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 he! Ich hab grad im Radio heute gibt ne Grippewelle. Ich glaube.. He 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 he! Ich bin auch krank. Nee. Mal gute Bessons, wenn Adel dies wirklich erwischt hat. ACH! Wo ist die Apotheke? Wo ist der Arzt? Nee. Hab ich noch gar nicht gemerkt. aber wirklich gute Besserung an alle, die sich erwischt hat. Und denkt immer daran, Punk ist nicht tot, Punk wird es nicht unterkriegen und Nevermind DESTROYER! Say self and healthy! Bye!